Willkommen zu Frequent Traveller TV. Ist das heute wieder ein Stress? Jetzt muss ich noch zum zweiten Mal die Aufnahme starten, weil ich vergessen habe, das Mikrofon anzumachen. Ja, es ist an. Freudig erregt. Nein, ich habe nur drei oder vier Minuten aufgenommen. Insofern kenne ich das erste Thema jetzt in- und auswendig, aber die frisch gepressten Themen kommen. Und warum bin ich im Stress? Weil ich Kreditkartenberatung gemacht habe und heute noch ein Finnair-Webinar, was ich auch vorbereitet habe, was ich aktualisiert habe, was man mit Avios machen kann und ob sich die Finnair-Aktion, die ihr im Meilenmittwoch, aber am Samstag, gestern ja mitbekommen habt, ob es sich lohnt, diese 70%-Bonus mitzunehmen bei Finnair oder nicht. Erstes Thema frisch gepresst, Austrian Airlines. Fünf, nein, vier A320er Neo gibt es wohl nur noch bei der Aue. Einer ist gestern kaputt gegangen. Gott sei Dank nicht beim Fliegen, sondern am Boden. Also am Boden passieren Dinge, so wie ja auch in London eine Virgin und eine BA, glaube ich, zusammen gerasselt sind. Also insofern, da traurige Nachrichten aus Wien. Schauen wir mal. Dann haben wir noch das Thema, ja, wir haben einen Deal-So-Deal und zwar ist der Deal-So-Deal von Barcelona über Charles de Gaulle nach Los Angeles und der ganze Preis ist auch interessant in der Business Class und zwar ist der Business Class Preis hier 1.665 Euro beginnend. Das ist doch mal ein cooler Preis. Dann haben wir noch von der United eine Mitteilung, dass man dort die Jahresinvestorenkonferenz, einfach weil die Vibes nicht stimmen und im Englischen wird das so übersetzt, The Vibes are just right, just aren't right. Also unglaublich, dass man so etwas dann macht. Dann hat man in New York noch den Flugbetrieb geschlossen wegen Erdbeben, also auch eine interessante Geschichte und Lufthansa Cargo und die 20.000 Elefanten, da gibt es dann auch Lustigkeiten aus der Bild-Zeitung. Ich weiß, aber ich finde die Geschichte einfach nur hammerhart, was da passiert. Ihr könnt aber jetzt an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, Kanalmitgliedschaft oder mich hier jederzeit kontaktieren. So, was haben wir jetzt auf der Agenda? Wir haben jetzt auf der Agenda Austrian Airlines. Und zwar ist das bei der Austrian Airlines so, die haben ja fünf A320-Neos. Im Juni wurde einer geliefert, ein A320-2023, also ein Neo-schwierige Kombination, der aber bei einem Unfall schwer beschädigt worden ist. Und die Freunde bei Austrian Wings, das österreichische Luftfahrtmagazin, haben investigativ recherchiert, sind auch wie immer gut vernetzt, haben gesagt, dass das Flugzeug an der Parkposition F31 geparkt worden ist, nachdem es, glaube ich, aus London zurückgekommen ist. Und zwar ist das die Lima Sulu Quebec, also Austria, also Austrian Airlines Alpha Echo Lima Sulu Quebec. Und das war der Flug OS 456. Der ist ohne Probleme gelandet in Schwächert um 22.37 Uhr, ist an der F31 abgeparkt worden, ist dann vom Pusher wahrscheinlich zurückgeträgt worden, ist dann an der F31 an der Brücke hängen geblieben, an dem Mast hängen geblieben. Und es muss wohl schlimm aussehen, weil man das Höhenleitwerk abgerissen hat. Ja, und die Wing beschädigt hat, also die Brücke zusätzlich. Also das heißt, das Flugzeug selber, und das ist jetzt der entscheidende Satz, ich lese, Höhenleitwerk ist komplett abgerissen, das Rechte. Auch die rechte Tragflächtermaschine, sowie die eine Fluggastbrücke am Airport, Schwächheit wurde in die Mitteleidenschaft gezogen. Und jetzt kommt's, ob die Maschine überhaupt nochmal fliegen kann, weiß ich nicht, ob sie repariert werden kann, muss die Lufthansa-Technik und die AUA-Technik, müssen sie sagen. Vielleicht wird auch in dem Fall Airbus da hinkommen nach Austria und wird sich das mal angucken, was damit ist mit dem Flugzeug. Weil es natürlich Strukturprobleme haben kann, weil man durch den Winkel und so weiter, wenn der Flügel und, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr wisst, was ihr dazu zu bedenken habt. Es gab dann natürlich auch bei dem Schleppmanöver eine Anfrage, inwiefern die AUA selber dazu kommentiert. Die Pressestelle hat wie folgt geantwortet, ich zitiere, Wir bestätigen, dass es außerhalb des Flugbetriebes des Luftfahrzeugs, also ohne Crew und Fluggäste an Bord, zu einer Beschädigung an unseres Flugzeuges des Typ A23 gekommen ist, eine Untersuchung zur Schadensursache und Höhe wurde eingeleitet. Also im Prinzip, das Gute ist es, keiner an Bord gewesen, es ist keiner verletzt worden, außer dem Flugzeug, das Ego vielleicht von einem Schlepperfahrer. Und damit ist es halt wirklich so, dass die Maschine, es gibt auch Bilder, wo das Höhenleitwerk abgerissen zu sehen ist, aber leider haben sie es nicht gepostet, sonst hätte ich das direkt hier mal gemacht. Ich bin mal gespannt, was da so passiert und ob der Aviation Herald darüber auch berichtet, weil die sitzen ja in Salzburg, also insofern österreichische Komponente gegeben. Vielleicht macht er das, ich weiß aber nicht, ob er auch Parkunfälle, wenn man das jetzt so nennen möchte, dort kommentiert. Schade für die AUA, dass sie halt einen ihrer Flieger verlustigt haben. Vor allem, weil das Flugzeug ja wirklich erst im Juni 2023 in Dienst gestellt worden ist und die Flotte deutlich verjüngt und erweitert hat. Jetzt haben wir eine Thematik, die auch relativ ihresgleichen sucht. Das ist die United. United Airlines hat ja einen schlechten Lauf und den schlechten Lauf, den habe ich euch ja auch gestern dokumentiert mit den Vorfällen in Rom. Dann hatten wir ja noch einen anderen Vorfall. Wo war das denn noch? Ich weiß das gar nicht mehr, wo die Maschine dann dieses Manhole, also diesen Arbeitsschacht getroffen hat, das Fahrwerk abgerissen hat. Also viele Probleme, die da immer wieder auftreten bei der United und von der FAA kontrolliert werden. Jetzt hat aber der Vorstand wohl gesagt, die Jahresinvestorenkonferenz, die machen wir dieses Jahr nicht. Zumindest nicht an diesem Zeitraum, den verschieben wir. Und jetzt kommt es, im Englischen heißt es, The Vibes just aren't right. Lassen wir das einfach mal sinken und sagen, hey, ich fühle mich heute nicht so. Auf jeden Fall ist das natürlich so, dass man am 1. Mai dort die Investorenkonferenz machen wollte. Das ist ja auch ein bisschen Zeit. Das ist ja erst der 7. April. Also das heißt, das hat man so frühzeitig gemacht. Und da ist es halt so, dass man Scott Kirby dort auch über den komischen Wettbewerbsvorteil der United erlabern wollte und dann halt erklären wollte, wie geil man ist und was da alles halt Phase ist. Aber es ist so, jetzt ist es erstmal so, dass man sich auf die Sicherheitskultur bei der United konzentrieren möchte und deshalb das Ding verschoben hat. Und die FAA guckt sich das halt genau an. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Show-Act ist, wo man sagt, naja, wir haben jetzt wichtig, was zu tun als Investorenbilanzkonferenz. Aber ich denke mal so, wenn man die Aussage nimmt, gerade jetzt ist unser gesamtes Team fokussiert auf die Kooperation mit der FAA, um unsere Sicherheitsprotokolle zu kontrollieren und es würde einfach die falsche Botschaft zu unserem Team schicken, wenn man so einen Investorentag hat, weil der nur auf die Finanzen fokussiert. Ja, kann man so sagen. Also ich denke mal, dass das eine mal schwammig ist, aber das andere ist halt natürlich, dass man dort wirklich gucken muss, was da ist und die United-Next-Strategie, die ja 2022 ausgepackt worden ist, vielleicht auch nicht so gegriffen hat. Und ich denke mal, dass das neue Programm, wo man die Flotte erneuern wollte, wo man wirklich hunderte neuer Flugzeuge kaufen wollte, dann wollte man die Kabine komplett erneuern bei vielen Flugzeugen und dann natürlich auch gucken, dass man mehr Technologie bei den Kunden ausrollt, was ja auch das große Thema ist, dass man über die App alles machen kann. Aber wir haben ja gestern gesehen, dass bei der Lufthansa auch mal so eine IT dann einfach mal gerne ausfällt. Dann kannst du halt keinen Check-in machen, kannst du nicht buchen. Man muss es halt ordentlich proggen. Ich finde es halt nur spannend, dass man das da mit so einem Thema aus der Luft wieder sagt, wir schweben das weg. Also ich glaube, dass das eher damit zusammenhängt, dass die Bilanz und die Finanzinvestoren vielleicht nicht so happy wären mit der United. Also dass das etwas ist, wo man, nennen wir es einfach mal, den Fokus verschieben möchte. Gut, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, lasst uns jetzt weiterschauen und zwar New York. New York, nicht unbedingt meine Lieblingsstadt. Ich war oft in New York, teilweise gezwungenermaßen. Ihr vielleicht findet New York toll, könnt ihr ja auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr New York toll findet. Ich wirklich, ich finde SoCal, finde ich geil. Also das heißt Südkalifornien. Bin aber überlegen, ob ich im Juni wieder hingehe und dort noch ein bisschen mit Kunden mache. Aber es gab ein Erdbeben gestern in der Region und zwar war der 70 Kilometer, 65 Kilometer westlich von New York. Die Stadt nennt sich Lebanon, ist in New Jersey. Hat wahrscheinlich mit dem Libanon nichts zu tun. Aber dort war das und auf der Richterskala oben offen 4,8 war die Zahl und 4,7 war die Tiefe. Und man hat das dann in New York natürlich noch gespürt. Man hat aber den Flugverkehr gestoppt. Und zwar, das war das größte Erdbeben in 100 Jahren an der Ostküste, sagte Cassie Hochul. Sie ist die Veranstaltungsleiterin dort des Bundesstaates New York, Gouverneurin. Und glücklicherweise sind die meisten New Yorker ja auch Meister des Desasters, wie sie es nennt. Und wir wissen, wie wir damit umgehen. Ja, also insofern in New York wieder alles beim Alten. Und das war eine knappe Minute lang, 600 Kilometer meintlich. Nördlich hat man auch noch gespürt, bis nach Boston hoch. Also habt ihr das gesehen? Biden sagte, dass also alles in Ordnung ist. Keine Gebäude oder sowas anscheinend. Dort in Mitscheidenschaft gezogen worden ist. Also alles gut gebaut worden ist. Auch das UN-Hauptquartier in Ostmanhattens ist so, dass es dort zu spüren war. Man hat dort auch eine Veranstaltung gehabt zum Thema Osten oder Nahosten im Konflikt. Und das fand ich dann relativ lustig, was der Kollege gesagt hat. Und zwar kommentiert daraufhin der palästinensische UN-Botschafter Riyad Mansour. Sie lassen den Boden wackeln. Gut, muss man natürlich da so sagen. Aber ich denke mal, auf der anderen Seite ist halt natürlich etwas problematisch. Und auf jeden Fall die Betreiber des berühmten Empire State Buildings haben auch gesagt, dass man, I'm fine, also Empire State Building hat selber gepostet, I'm fine. Mir geht's gut. Also Gott sei Dank nichts passiert. Der Flughafen kurz gestoppt. Aus Sicherheitsgründen macht natürlich Sinn und können wir verstehen. Die Lufthansa Cargo und die 20.000 Elefanten. Dazu muss man die Geschichte natürlich verstehen, was da passiert ist. Und zwar haben wir wieder in der deutschen feministischen Außenpolitik ein Highlight gehabt. Und unsere Bundesumweltministerin Steffi Lembke von den Grünen, ich muss den Namen ablesen, weil du, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mir den Namen der Regierung nicht mehr merken. Steffi Lembke von den Grünen, die hatte nämlich gesagt, dass sie die Jagdtrophäen nicht wieder haben wollen und haben da auch so einen Bann und so weiter. Und daraufhin hat man halt den Kollegen in, wo war es ganz genau, ich muss jetzt gerade mal gucken, Botswana Masi, das ist der Präsident, der ist ja komplett ausgeteilt, hat gesagt, ey, für uns sind die Elefanten ein Riesenproblem. Wir haben eine Elefantenüberpopulation und abgesehen davon ist es so, dass die Elefanten zu unserem Butro-Inlandsprodukt beitragen, weil die Überpopulation von diesen Großwildjägern abgeschossen werden und damit macht, glaube ich, ein Dorf zwei Millionen Dollar pro Jahr und 50 Dörfer. Also eine massive Zahl für die Region und das finde ich natürlich interessant und dass man halt den Leuten vor Ort halt etwas erklärt, was sie, glaube ich, besser verstehen und am deutschen Wesen sollte man ja auch nicht genesen, das haben wir schon lange abgelegt, hoffe ich, aber hier in der Regierung ist das anscheinend so und lustigerweise hat er dann gesagt, ihr kriegt 20.000 Elefanten. Gab da so einige Spiele, wie man diese Elefanten nach Deutschland bringen kann, ob mit dem Schiff, ob mit irgendwelchen anderen Getieren. Ich selber, der schon da mit Elefanten zu tun hat, zu transportieren, ich kann euch sagen, das ist ein böses Unterfangen. Man wundert sich, wie groß so ein Elefant ist und vor allem wie schwer. Dann hat die Bild-Zeitung, hat dann bei der Lufthansa Cargo angefragt und hat gesagt, 20.000 Elefanten könnt ihr die auch bringen und daraufhin hat eine Sprecherin gesagt, mit der weltweit modernsten Tierstation der Frankfurter Animal Lounge und eigens auf Tiertransporte geschulten Mitarbeiter ist Lufthansa Cargo grundsätzlich Experte für Tiertransporte. Und dann geht es weiter, gerade der Transport von solchen großen und schweren Tieren bedarf jedoch besonders aufwendiger Vorbereitung, ja, sagte ich ja bereits. Es müssen Transportboxen da sein in der Größe, die müssen nämlich angefertigt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man da so ein paar Boxen stehen hat. Dann geht es weiter, die Sondergenehmigungen müssen eingeholt werden. Dann ist es so, dass vereinzelt man Elefanten bringt. Also das heißt, Betonung auch vereinzelt. Also nicht so rudelweise oder so, sondern man fliegt schon ein oder zwei oder sowas dann durch. Aber Anfragen oder Gespräche zu diesem Transport gibt, ist von der Lufthansa Cargo rein theoretisch noch nicht. Also das heißt, die Regierung hat noch nicht angefragt. Botswana hat nicht gefragt, du, Lufthansa Cargo, willst du die 20.000 Elefanten bringen? Und dann ist es so, dass dieser Massentransport nur eine Militäraktion ist. Also das heißt, wir müssten eine A400M schicken. Einer geht, glaube ich, heute nach Palästina und wirft da Sachen ab. Und Maxi Lewis vom Hegeverband NACSO Nabibia betont, wir haben schon Tiere nach Kuba und Arabien ausgeflogen. Gerade ein Land wie Deutschland kann das erfolgreich durchführen. Also das geht so. Und wenn man halt den Experten zuhört, wie lange das dauert, 20.000 Elefanten zu bringen, Festhaltenfreunde gewinken, vielflieger Cargo-Kunst, ist es so, dass es interessanterweise kein Routinevorgang ist, weil er aufwendig ist, aber dann kommt es. Aber entwickelt sich offenbar zusehends zum Routinevorgang. Auch vor der Zahl 20.000 braucht Deutschland logistisch keine Sorge zu haben. Und wo sagte sie es, brauche sechs Wochen, um 20 Elefantenabflug bereit zu machen. Also das heißt, sechs Wochen für 20. Und das Ganze könnt ihr dann mal mit 1.000 multiplizieren. Sechs Wochen mal 1.000. Ja, dann wissen wir, wie viele Jahrzehnte wir brauchen, um hier den Elefanten heimisch zu machen. Und auf jeden Fall ist es so, die Türe werden dann zunächst rein theoretisch nach Maun, das ist eine Stadt in Botswana. Gott sei Dank hat die Bild-Zeitung das dazu geschrieben, sonst hätte ich das nicht gewusst. Von dort aus ausgeflogen werden und das sind dann halt nur zehn Stunden. Wenn man jetzt also eine 747 Cargo nehmen würde, wäre das so, dass beim Transport von 18 afrikanischen Elefanten pro Flug man natürlich das hin und schneller hinkriegt. Und auch die Deutsche Post hat bereits erfolgreiche Elefantentransporte über 4.000 Kilometer abgewickelt. Flug 2020 den 36 Jahre alten Elefanten Kavan, vier Tonnen schwer, drei Meter hoch von Islamabad in sein neues Zuhause nach Kambodscha. Ja, das ist natürlich cool. Aber Gott sei Dank hat der Kollege Masi noch gesagt, also Präsident, er hat gesagt, eine Bedingung der Schenkung sei es auch, dass Deutschland sie auch wirklich abholt. Also das heißt, wir können nicht die Elefanten in Botswana lassen und sagen, okay, das sind jetzt unsere Elefanten und wir kümmern uns drum. Und er sagt, Deutschland ist ein technologisch so gut entwickeltes Land, dass es kein Problem sein sollte. Ja, also was da passiert, das wird noch Lustigkeiten sorgen. Ich bin froh, dass die Freunde der Bild-Zeitung da mal nachgefragt haben. Ihr könnt ja unten kommentieren, was er zu diesen Elefanten-Stories sagt. Ich persönlich sehe mir das Ganze nicht ganz so ernst. Ich finde es an einem Sonntag doch durchaus erheiternd. Womit ich euch auch weiter erheitern möchte, ich gucke gerade mal auf die Zeit, wo ist meine Maus? Da ist sie 17, 20. Oh Gott, das hat ja wieder länger gedauert. Ich habe den nächsten Call in acht Minuten. Haben wir einen Deal, so ein Deal, deshalb muss ich einmal kurz zum Ende kommen. Und zwar mit der Air France in der Business Class von Barcelona bei Charles de Gaulle nach Los Angeles in der Business Class ab 1.965 Euro. Geiler Deal, oder? Also ich finde den Preis gut, da gibt es gar nichts. Dann guckt doch mal einfach nochmal nach, wie das Ganze, ah da, ja ich weiß nicht, warum da immer Bilder dazwischen kommen. Wie das aussieht von der Strecke her, Barcelona 533 bis nach Charles de Gaulle, dann 5.670 Meilen nach Los Angeles, sind 12.405 Meilen hin und zurück. Where to Credit, da seht ihr die Buchungsklasse und damit haben wir dann auch schon fast die Bedingungen in der Buchungsklasse Z, beziehungsweise Barcelona, Charles de Gaulle ist J, wieso habe ich da Z geschrieben? Keine Ahnung, das müssen wir dann natürlich ändern. Und dann Barcelona, das ist J und das andere ist Z, das ist natürlich dann komplett Banane gewesen. Aber gut, dass ich nochmal meine Sachen selber kontrolliere, damit ich euch nichts Falsches sage. Haben wir das jetzt? Macht er es? Ich hoffe, er macht es. Da ist es, da ist es, da ist es. So, dann gucken wir uns das mal an, dass es dort keine Restriktionen gibt, außer, dass das Ticket 90 Tage vor Abflug gebucht werden muss. 6 Tage oder eine Samstag, Sonntag nach 12 Monaten maximal aufenthalt, ein Stopover in jede Richtung. In Amsterdam, Paris oder London kostet 75 Euro ein extra. Ticket ist nicht refundierbar, Änderungen sind erlaubt, denkt aber daran, dass die Ticketgebühren dazugezogen werden. Jetzt nehmen wir die Meilen, 27.428 bei Virgin, Aeromexico 24.904, genau wie bei China Eastern. Und dann geht das weiter hier über Delta und wir gucken uns das Ganze an bis runter zu Flying Blue, selber 0, was ich aber nicht glaube. Also insofern habt ihr hier den Überblick gesehen und wir haben alles abgearbeitet. Ihr habt die Strecke gesehen, ihr habt den Verlauf gesehen, die Meilenwerte gesehen, also alles easy peasy. Und ich habe natürlich noch eine Frage des Tages für euch zu dem Dealzone-Deal und zwar, was war euer bester Deal und vor allem ist euch einmal ein Deal schon mal storniert worden, weil die Fluggesellschaft gesagt hat, das wäre zu billig. Da bin ich mal gespannt, was da an Antworten kommen, eure Kommentare. Ich habe eure Kommentare alle abgearbeitet, also jede Frage ist beantwortet worden und so weiter. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die hier hinstellen. Und ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart bei Freak und Traveller TV. Ihr habt so lange geschaut, dann könnt ihr den Kanal nicht nur abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen, sondern auch mal vielleicht den Kanalmitgliedschaft abschließen. Also, danke und bis morgen in Alter und in Frische und ich melde mich ab, bis morgen. Abspannen darf ich nicht vergessen, hätte ich fast vergessen. Also, wer zum Webinar kommt nachher, bis gleich. Ciao. Untertitelung. BR 2018